ja und in der oder hat haltbarkeit 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 3 und schärfe ich mache einfach mal schärfe 3 drauf da ist schärfe 1 ich glaube ich repariert es vorher noch mal schnell Leute, mir wurde ein Level abgezogen da wurde irgendwas drauf gemacht 14 ne, mache ich nicht ich mache da gleich haltbarkeit 3 drauf und schärfe 3 das ist jetzt einfach so ach komm ich crafte mir jetzt einfach nur schnell hier so ne dia spitzhacke weil das ging doch einiges schneller neun Level habe ich noch ähm haltbarkeit 1 effizienz 2 ja komm so jetzt habe ich kein Level mehr klasse na fuck so ich wollte ja noch gucken ob ich aus dem hier äh mir Sachen craften kann wie zum Beispiel eine Hose oh ja kann ich Meteoritenhose rechtsklick um Verzögerung hinzuzufügen lol Magnetismus ich hab doch da um Gottes Willen jetzt habe ich das im Sonstverbrauch wahrscheinlich okay das ist nicht so gut wie Diamant hm jetzt ist die Frage ob das schneller kaputt geht Zinn Aluminium ähm wenn ich mir da jetzt einfach ein Prustpanzer mach na vielleicht habe ich da aber noch irgendwas ähm Prustpanzer hier wäre auch noch ne Meteoritenhose gewesen ähm da ist ja ein normaler Iron Blade Just Blade Feuerschutz Explosionsschutz hm 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 da bin ich jetzt aber wirklich überfragt vor allem der ist ja voll ach so halber ähm jetzt ist er voll ne jetzt ist er immer noch nicht voll äh so das lege ich einfach mal da rein das ist Essen das ist das da Papier keine Ahnung und dann habe ich ja was habe ich gesagt ist da ich glaube Feuerschutz ist besser okay das zieht einiges runter und jetzt noch kann ich mir daraus was machen ne ne kann ich mir daraus ein Schwert machen was ich gesehen habe man kann so ein Schwert was ist denn das da ein Grimes ne will ich nicht okay 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 ich tu jetzt einfach mal hier das ganze Sache ein was ich vielleicht nachher ähm 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 was wir da aufbereiten muss sooo jetzt nehme ich einfach mal das mit dann lasse ich das auch noch da ja ja komm den Helm mache ich mir einfach auf 1,2,3,4,5 da 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 sooo dat müsste eigentlich alles gewesen sein hoff ich mal lol äh falsch können wir eigentlich da hinten hin fliegen das wäre ja auch cool nyu 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 jawohl den Rest kann ich auch noch verlaufen so so würde ich einfach mal sagen los geht's aber von den Monstern äh äh von den Spawnern abbauen kriegt man ja auch schon viel Erfahrung und ähm muss ich kurz gucken ob's hier nach unten geht ne auch nicht gell wahr so what the fuck ich hab doch da nirgends Magnetismus drauf ja warte Warte Alter übertreibst mich nicht kokopedia verpiss dich ich kann jetzt nichts mehr raus werfen Habe ich die schon? Ja. Oh. So. Abbauen. Abbauen. Reingucken. Nichts G'sellst drin. Aufregen. Gehen. Nee. Oh. Viel zu viel. Viel zu viel. Viel zu viel. So. Okay. Es ging noch. Wir haben glaube ich keinen Schaden bekommen. Ein Amboss ist da drin. Klasse. What? Jetzt seht ihr auch. Wir machen viel mehr Schaden mit dem Schwert. Viel mehr. Kuckuck. Kann ich das nicht einfach hier? Ah doch. Ich kann's löschen. So. Ist egal. Ist das schon da drin. Ups. Äh. Das brauche ich nicht. Das, 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 das. Da, wir haben ein Boot drin. Das, 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 das. Das brauche ich alles nicht. Da war ich schon drin. So. So. Los geht es in den Kampf. Oh, warte, 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 warte. So. Eigentlich sollte ich ja vielleicht nicht so viel mit dem Schwert machen, aber... Vielleicht ja doch. Ich bin ja doch gar nichts gemacht. Dann B. So. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Doo, dum, dum.